Der Sportclub aus Freiburg konnte mehr oder weniger überraschend den Vertrag von Leistungsträger Philipp Lienhardt verlängern. Das Arbeitspapier des österreichischen Innenverteidigers wäre ja im kommenden Sommer 2024 ausgelaufen. Dementsprechend hätte ihn der SC diesen Sommer verkaufen müssen, wenn man nochmal Geld mit ihm verdienen wollte. Und auch Lienhardt selbst hat in einem Interview mit einem Wechsel nochmal in eine andere Liga geliebäugelt. Letztendlich konnte man ihn aber dennoch von einem Verbleib überzeugen. Mittlerweile ist er ja auch schon bereits sechs Jahre im Verein, also auch schon eine ordentliche Menge. Ist gerade mal 26 Jahre alt und ein extrem wichtiger Spieler im Freiburger System. So ist eben Lienhardt zusammen mit Ginter der wertvollste Spieler im Kader der Freiburger mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro. Als nächstes kommt da im Kader erst ein Litz Doan mit 15 Millionen, also auch schon mit einem ordentlichen Abstand. Und das zeigt vor allem den Wert von Lienhardt, beziehungsweise generell der Innenverteidigung. Es ist ja schon so, dass Ginter, der auch nochmal drei Jahre älter ist, vor allem im Rampenlicht steht und vor allem viel Lob abbekommt. Genauso eben als Schlotterbeck noch der Innenverteidigerpartner von Lienhardt war. Dennoch muss man eben betonen, wie gut Lienhardt ist, denn er ist oft so ein bisschen unscheinbar. Neben dem doch oft spektakuläreren Partner von ihm in der Innenverteidigung. Aber dennoch hat er einen enormen Wert für die Mannschaft. Nicht nur finanziell, denn auch wirtschaftlich ist es ein extrem gutes Zeichen. Denn wie der Kicker berichtete, hatte er eine Ausstiegsklausel jenseits der 10 Millionen Marke. Also man hätte ihn durchaus verlieren können. Man konnte ihn nun halten. Aber auch sportlich hat er einen extremen Wert. Und die Verlängerung ist schon so ein bisschen einer der besten Transfers der Sommertransferphase der Freiburger. Auch wenn diese gerade erst begonnen hat und Lienhardt ja eigentlich kein Neuzugang ist. Dennoch könnte diese Vertragsverlängerung für den Sportklub eben wertvoller werden als jeder Spielertransfer, den man im Sommer tätigt. Denn der Wert von Lienhardt ist enorm. Er ist einer der besten Innenverteidiger in der Bundesliga. Das kann man einfach so sagen. Er ist zwar eben selten extrem stark und fällt eben nicht so auf. Aber er ist halt fast fehlerfrei, macht extrem wenige Fehler, ist vielseitig. Er kann nämlich alle Innenverteidigerpositionen besetzen. Sei es in der Dreier- oder in der Viererkette. Und hat er eigentlich auch keine wirkliche Präferenz. Auch mit seinem linken Fuß hat er sich echt gut gemacht. Und seit er links spielt, ist da echt ein guter Fortschritt zu erkennen. Er hat sich seit er damals aus der Real Madrid-Jugend kam, auch stetig weiterentwickelt. Und ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass das jetzt das Ende seiner Entwicklung bzw. seine Prime ist. Ich traue ihm durchaus noch einen weiteren Schritt zu. Lienhardt ist sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball am Fuß ein guter Innenverteidiger. Der mit Ginter eben eines der besten Innenverteidiger-Duos. Wenn nicht sogar, ja okay, ist schwierig mit Upamecano und De Ligt. Aber auf jeden Fall eines der besten Innenverteidiger-Duos der Bundesliga. Und das wird auch enorm wichtig sein nächste Saison, wenn dann eben ein Atubolu, ein extrem unerfahrener Torwart, im Tor steht. Dass der dann so eine Bank an Innenverteidigern und Defensivqualität vor sich hat. Zuletzt hat Lienhardt öfters mal ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Aber da sollte man jetzt keine allzu große Sorge haben. Er ist eigentlich generell hart im Einstecken. Und selbst wenn er mal ausfallen sollte, klar hat man nicht die besten Lösungen hintendran. Aber bei Freiburg kommen auch wirklich gute Talente hinterher. Wie eben ein Kenneth Schmidt als linker Innenverteidiger. Das soweit meine Einschätzung zur Verlängerung von Philipp Lienhardt beim SC Freiburg. Die einfach extrem wichtig für den Sportclub ist. Was sagt ihr zur Verlängerung? Teilt ihr meine Einschätzung? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.